Ich möchte dir zeigen, wie du hier ein Bild einfügen kannst, was deine Kamera gemacht hat. Das heisst, du gehst unter Einfügen, Bilder von Kamera, und jetzt zeigst du dir die Kamera an, was oben ist. Das heisst, du müsst deinen Laptop nehmen, den noch umklappen, und dann die Decke zeigen. Das heisst, ich packe meinen Laptop, kippe diesen noch um, und dann das Blatt, das du willst, fokussieren. Ich schaue, dass es scharf wird einigermassen. Hier ist noch wieder um der Schirm. Schaue, welches Bild hier die beste Qualität hat. Das erste war das, was am besten war. Dann tust du das an, respektive die anderen können wir löschen. Und das, was jetzt hier ist, das darf ich einfügen. Es ist ziemlich morgen früh und das Licht ist bei mir schlecht. Ich glaube, wenn es ein besseres Licht ist, ist auch die Qualität besser. Und das ist ein besseres Licht. Und das ist ein besseres Licht. Und das ist ein besseres Licht. Das ist ein besseres Licht.